Ein herzliches Willkommen zu unserem neuen Projekt Worms Clan Wars. Mit dabei ist der Onkel von Gamer's Check LP. Ja, allöchen, meine lieben Freunde. Und der Noxy. G'moie, Leute. Und ich, der Dynamo Man. Ja, der Asset ist leider verhindert, aber der wird in den nächsten Folgen dann auch mitspielen. Genau, richtig. So endlich geht's hier auch mal wieder weiter auf Gamer's Check LP, liebe Freunde. Und wir können uns jetzt hier bei Worms erstmal hier für diese Welt ein kleine, ja, was machen wir dann? Prähistorisch klingt doch gut. Aber kann man hier auch einfach random machen. Wollen wir mal hier, Speisellandschaft laden, Landschaft mit aktuellen Einstellungen zufällig wählen. Alle Landschaftseinstellungen zufällig wählen. Zack. Okay. Das sieht gut aus. Na dann weiter. Und los geht's. Ja, in Worms bin ich ziemlich schlecht, muss ich sagen. Ja, das ist ja eigentlich. Ich werde bestimmt schön losen. Du bist doch nicht schlecht. In Worms bin ich halt. Als kleiner Taktiker von uns. So. Das ist ziemlich laut gerade gewesen. So, wer ist denn jetzt wo und was? Ja, das sehe ich auch so. Ihr werdet jetzt sehen. Ich habe das komplette Gamer's Check LP Team hergestellt. Gamer's Check LP. Und ja, ich bin da als erstes. Nein, super. Hey, Onkel. Ja, Onkel. Okay, wie komme ich jetzt hier an die Waffen? Warte mal. Du Scheiße. Was habe ich denn für einen Namen genommen? Ah, hier komme ich an die Waffe. Okay. Ich glaube, ich habe Peets wiederhergestellt. Was? Ich glaube, ich habe Peets wiederhergestellt. Warum denn Peets? Von den Namen, von den Namen. Komm, ich mache das mal hier, äh, Alter. Ich mache einfach, komm. Oh, vorbeigeschöpfen. Ach, das war der Hut. Oh, ich kann mir den nochmal, achso. So, halt, du hast mir die andere, ich will das mal reinfütteln. Ich weiß nicht. Das bin ich nicht mehr. Ich weiß nicht. Okay, dann wird das nicht mehr. Ey, wie kommt es sich nochmal? Was? Alter. Ich habe echt Peets mit, also ich habe liebe Werbung für meine, für meine eigene Gruppe gemacht. Da wird dann noch Rudi dran sein. Wie kann man denn nochmal die Waffen auswählen? Also ich habe einen Pet und deswegen... Äh, mit Tab? Nee, nee. Ja, umschuldig. Ne, was? Ne, untertatspringt. Hä, SCG? Ne. Äh, äh, ne. Tabulado? Nein! Äh, nee. Nein, er? Nee, T? Wenn du großschreiben willst. Warte, ich wiese, warte, ich mache es anders. Guck, 60 Sekunden. So, Pet angeschlossen. Es reicht. So, wie geht es? Wenn du ein... Gibt sie noch? Nein, 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 nein. Wenn hier, wenn du ein Buch am Großschreiben willst, die passt. Ich weiß nicht, wie die es ist. X? Nee. B. B. Ah, B. Alles klar. B wie... B wie Bebens. Hä? Was sagt der Wind? Gibt kein. Alles klar, mit drin. Guck. Jo. Das wird bei einem fliegenden Wechsel, Leute. Alles klar. Okay, der Dynamo-Mann. Oh, Mann. Ich weiß, dass Dynamo-Mann nicht mehr. Ja, aber das werde ich auch machen, glaube ich, mit Dynamo. Also ab nächster Folge, wenn das dann normale Menschen sein. So, ja, gut. Echt jetzt? Nein! Uhu. Schwimmt. Du hast Bram getötet. Ach, das war... Ich bin aber auch gestorben, oder? War da auch einer von mir dabei, oder? Ich weiß nicht, wer gestorben ist. Auf jeden Fall... Irgendwer war's. Wer es war, tut mir leid, liebes... Ich bin ja alle von Geräuschen dabei. Okay, wen habe ich denn jetzt hier? Der Odin. Der Odin. Ganz klein. Okay, wie springe ich? Viereck? Ja, Viereck. Das Agro so fett. Was hast du mit dem armen Jungen gemacht? Ich komme nicht da. Alter! Also, eine kleine Beschwerde an Agro. Wer ist denn das hier? Ich sehe keinen Namen. Das ist Agro. Du musst näher ran. Ich sehe keinen Namen. Du musst näher ran. Nein. Siehst du Leben? Ach, jetzt sehe ich es. Okay, ich habe vor uns irgendwie select gedrückt. Okay, dann gucken wir da hoch. Wer ist denn Chris? Na, Pizzmeat. Ach so. Okay, warte mal. Waffen waren hier? Oh, wir haben keine Zug mehr. Was haben wir denn hier vor Waffen? Was haben wir denn? Ich habe keine Ahnung. Ich habe doch keine Ahnung. Ich habe doch keine Zeit. Ich habe doch keine Zeit. Oh, shit. Oh, ja? Wir haben keine Zug mehr. Ich sagte, ich muss es... Oh, ey. Ach, Uldine, du bist so blöd. Hey, guck mal da. Ich mache jetzt einen auf Heisenberg. Oh, wir haben Gegenwind. Ein bisschen brech, ne? Oh, nee, nee. So, genau. Ja, nee, ja, genau so. Ne, so finde ich gut. Piu. Äh, der fliegt egal. Der fliegt mir sie weit. Scheiße. Okay, ich glaube, er vernichtet sich gerade doppelt selber. Okay. Okay, ich bin nicht der einzigste Drottel, der sich selber kaputt macht. Wen habe ich hier? Nein, ich habe Jay und Kronen getroffen. Aber ich bin der einzigste Drottel, der es schafft, seine eigenen Leute total auszulöschen. Aber na gut. Soll ich denn sagen? Oh, wow. Ja, wir müssen das mal rauskommen. Der erste Runde ist natürlich ein Fail. Oh, totaler Gegenwind, ja. Ah, das macht nichts. Seine gesamte Truppe ist eh auf dem Fleck dahin fixiert. Wow, das steht Kronk. Ich muss den Namen ändern. Kronk? Pietz-Meet? Frag nicht. Neben Pietz. Frag nicht. Kleiner Fanboy, der noch gesehen hat. Kleiner Fanboy, der noch gesehen hat. Boah, Achtung, da fliegt das Ding. Mach das auch schon. Haha, du hast den Deckel. Haha, du bist jetzt. Oh. Oh, ich habe ein bisschen Dings. Oh, ist der dick. Ach ja, sag ich ja, Agro. Hat die Weihnachtstage nicht gut überstanden. Agro, Agro. Das würde gut tun. Wo läufst du hin? Ich laufe irgendwie. Ich muss erst mal gucken, was das hier für Waffen sind. Das dauert so lange bis... Ich kenne die ja alle. Mega-Mörser. Ja, ich kannte den Mega-Mörser auch. Was ist das? Wenn die hier dran sind, kannst du die Waffen auch anschauen. Ach so, okay, dann muss ich das das nächste Mal machen. Ach, rechts sind Hilfsmittel und links sind Waffen. Ah, okay, alles klar. I don't know. Okay, ich habe ein bisschen dahinwind. Ich probiere es mal. Ähm. Hm. Ach man, ich ziehe mir zu wenig auf. Scheiße. Das geht doch gar nicht. Da drin bin ich früher schon immer als kleiner Bubi gescheitert, dass ich immer zu wenig aufziehe. Jedes Mal. Damals wohnt noch ein Nesvors. Ja, bei Worms 1 damals. Ich habe nicht... Nee. Warte, ist das normal oder ist das... Ja, scheiße, das normale. Ähm. Kannst du kurz was gucken? Nee, das geht da hinten los. Ich muss auch nur meine Wormer-Namen geben. Ich glaube noch Bike-Arkham gemacht. Nenn sie Sputnik. Kommt immer gut. Nee, dort Dynamito habe ich aber mehr aufnimmt. Wie kriegt man denn hier Geld? Weil hier kann man irgendwelche Bomben kaufen. Kannst du in... Pisten finden. Bombe! Aber mehr bis ich doch nicht. Oh, scheiße. Okay. Ich glaube, das Spiel dauert einfach länger als gedacht. Scheiße. Einen Runde dauert zehn Minuten, Onkel. Wie gesagt. Mal zwei, drei. Ja, pro Person. Äh. Genau, jetzt gestanden wir der Mietwärtswichtige. Aber wie wir auch jetzt auch alles selber bloß wegbauen und gar keinen Schaden von den anderen. Ja, ich auch mal. Mit mir geht's da. Ja, toll. Ganz oben. Oh, nein. Ah. Du hast es überhaupt getroffen. Easy. Nee, das trifft nicht. Nein! Ich kann nicht schwimmen! Was hilft der auch? Ja, der kriegt Schaden. Pro Runde fünf. Genau. Bup, bup. Beat doch irgendwas. Genau, was halt. Okay, wer ist das? Der Crashkripp. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ich fick. Die erste ist so, wie ist die Fail-Runde. Also das muss man jetzt schon mal sagen. Das, das ist ein Münzpaket gewesen. Ich möchte knudeln. Ja, da kommt der Papa. So, was hab ich denn? Ach, genau. Ja, warum denn nicht? Das schwärmacht. Au. Au. Ja, 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 nein. 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 Die Lernmügel. Warte, der kommt noch in den Ölbatsen. Das sieht aus wie ein Ölbatsen, aber es ist Wasser. Das ist Wasser, das sieht aus wie ein Ölbatsen aus Wasser. Ach, tropft. Ja. Ja. Wasser, Viskosität, 5W, 30. Hallo. Hallo. 70W, 40. Alter. Oh, ne. Na, wer ist denn das? Nein, Chris. Yes. Ne Mine. So, bitte, Mine, zum bösen Flug. Tschüss. Yes. Naja. Ach stimmt, auch gelangt, hier ist so ein kleiner Zuger hometown. Genau. Das wird, das so zu sympathischer Auffangstrick. Placement is confirmed. Ach 4 ist was drin. Ach man. Achso. Du hast nichts zur Tode angeschlossen. Ah. Ja. Ja. Task was successful. Au. Gif. Geh doch mal mit. Jawohl. Geh weg. Geh weg. Oh Gott. Oh, da kriegt die ganzen Sachen rein. Ach nee, der ist auch tot. Ich kann doch nicht schwimmen. Ja, der ist leicht tot. Alter, da war mal ein guter Zug von mir. Doch mal ein guter Zug, ein guter Zug. Ja. Oh Gott. Jetzt hab ich das gereicht, ein guter Zug. Du mein Kronk weg. Du mein Kronk weg. Geheimstock, genau. Boah, Alter. Ich glaub das gibt Ärger. Oh Gott. Ich bin so fett. Moin. Moin. Alles klar. Ah, das sind über die Dicken. Die Dicken machen halt fair damage. Ey, irgendwie sieht's aus wie easy talk. Irgendwie hat sich jetzt Dynamo gerade selbst zerstört? Oh. Ne, ohne den Ball. Nein, jetzt bin ich erst mal. Jawoll. Das kann ich hier machen. Auf jeden Fall nicht besiegen. Nicht bewegen. Du hast auch ein Jetpack. Ja. Juuu. Lass sie, sie top in Ruhe. Denen geht's gut. Geltensprung krieg ich hin. Boah, ich hab aber schon nen Titel. Ha, 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 ha. Tartdressed Worms. Nein, warum dort denn? Ich kann nicht weg. Aaaaah. Du, die Macht. Ich kann nicht weg. Wie f... Schuhe. Oh dear. Oh dear. Ich bin komplett weg, oder? Oh dear. Ich hab nur mein... ...Krongflöge... Oh. Oh Gott, da ist noch einer. Oh Gott. Toll. Toll. Hm. Hm. Luftangriff. Das ist natürlich toll. Ähm. Luftangriff. Ach komm. Hi. Au. Ich hab Frau und Kinder. Au. Get you. So. Boah. Hä, ich leb. Ach so, ich dachte so. Gut. Dritter Platz heute. Ja. Immerhin Podio mal so. Das ging schnell. Ich hab nur zwei Angriffe überlebt. Der Rest ging an die eigenen Leute. Mit. Mission accepted. Jetzt muss ich ja gegen den Philbro Dynamo hier spielen. Ja. Ja, vor allem der eine liegt da unter der Landzunge und sonst nicht und der andere pisst da oben im Poolbecken rum. Wow. Sportflinder. Kraft. Oh, er hat gesagt was er hat. Oh. Das hab ich auch gesagt was ich hab. Echt? Ich hab nur gespürt dass du Frau. Einen. Einen Menschen. Einen Wurm. Mit Frau und Kinder. Die ist. Die ist freigeschaltet. Ach du Scheiße. Nein. Uiuiuiui. Das war kackt. Halleluja. Ernsthaft. Und er hat sie voll verkackt. Ophi. Oh ne. Ist das dein letzter? Das ist doch dein letzter. Ja das ist das. Das ist mein letzter. Das ist dein letzter. Ich hab gedacht, er bleibt liegen. Okay dann machen wir das jetzt aber ganz fix. Machen wir es so. Haha. Haha. Ja. Ne das ist falsch. Ähm. Wir gehen es mal auf die sichere Seite liebe Freunde. Was ist denn denn? Weißt du? Vorher sagt er so. Ja ich bin voll der Noob. Ich hau jetzt hier alle kaputt. Ja toll. Echt? 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 Das war jetzt die erste Folge. Gratuliere, Onkel, für den Sieg. Ja, die Revanche gibt's in der nächsten Folge. Tschüss. Natürlich. Tschüss. Macht's gut, Leute. Tschüss.